Wahlkampfauftakt der französischen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen. In Lyon sagte die Vorsitzende des rechtsgerichteten Front National, sie sei die Kandidatin des Volkes. Sozialisten und Konservativen warf sie vor, aufs Geld fixiert zu sein. Ich verteidige die Mauern, die unsere Gesellschaft tragen, sagt sie. Jedem ist klar, dass all das heutzutage in Frage gestellt wird. Unsere politische Führung hat sich für eine zügellose Globalisierung entschieden. Sie wollten, dass es gut wird, doch es hat ein böses Erwachen gegeben. In einer jüngsten Umfrage erzielte Le Pen mit 24,5 Prozent das beste Ergebnis der Präsidentschaftskandidaten.